Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Moodiband bei der Neue Folge StarCraft 2 mit den Moodiband mit Drop und mir Moment, auf der Sandigen Schlucht gegen Doppelzufall, Doppelchees Ego und Felsen können zerstört werden um neue Wege freizuschalten, so freizulegen Tipp des Tages Tipp des Tages An Es war der Tipp des Tages Der Tipp des Tages Doppelzufall Naja, ich geh schon scouten, das ist mal zu heige Definitiv Ju3 Ju herzlich, keine Ahnung Tja Am Ende kommt Doppelzirk Warte, 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 wir sehen, was der zweite ist Ja Ich hatte aber noch keinen Pool, der hat Echse First gespielt Teranos, ne Protos Das wissen wir auf Kriechertletziner Ne, auch keine Echse, was macht denn der Jetzt erst Pool und Gas Das ist Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Gas habe ich auch Ja Hat er noch keine Echse, wo hat er geäxt Machen die bei uns irgendwo die Gold Ja Jetzt hat er mal ne Sonderabild Schnell Das ist irgendwie komisch Da wurde es nämlich einmal das Gas geklaut Sagt der Zerk hat auch Späten Pool, aber keine Echse Zweiten Pool In späten Pool, aber keine Echse Sag ich Da hat er irgendwo ne Proxy hingestellt Ja Ich muss doch mal die Ovi scouten lassen Ich habe mir der Waste scouten Wo ist nichts? Na, wollen wir auch nicht Gold? Bei Barbie ist doch abgescoutet Ich hab jetzt hier bei uns eigentlich alle Bases ist außer deine kommen länger jetzt den supply block ja da kommt auch ist irgendwo eine proxy kommen die zu dir hast du linge hast du was ich hab ein bisschen eine queen habe und ein paar linge sollte reichen du da brauchst du keine hilfe ich hab nur zwei linge das muss reichen kommen die zu dir dann ja ich habe jede menge oder macht jetzt meine echo-echse da ist nicht schlimm doch nicht wo dann jetzt geht ihr zu dir hoch ne ja ich kann ja bei dir eben hinten durch wo willst du jetzt noch mit meiner hier kommen sie nicht mehr raus kommt immer mehr linge kommst du damit vor ich bin da dann los die sind grad hoch die sind grad hoch ja oder so auf welchen protos oder zerk weiß ich nicht sag gut zerk 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 nur die gläubigen fürchten nicht na vorwärts por salar die schlacht wartet die stehe los ja das passt Das war's doch schon. Das war's doch schon. Nur noch Schaden los ist das nicht, ja. Ich muss weg. Gut. Minus weg. Möge euch der Tod schnell ereilen. Ich bin nie zu. Ich bin nie zu. Weitere Verbündeten befinden sich im Kampf. Bailinger gemorvt, da musst du aufpassen. Kommst du noch? Vielleicht komm nochmal. Oh mein Unsterblicher, oh mein Unsterblicher. Was denn? Mein Unsterblicher ist alleine da vorne. Dann los. Ich bring mein restliches Zeug mit, mein Mordschluss entkommt. Für den Ruhm. Und die Echse. Steht. So. Das einzige Problem wird genau das sein. Dann auf den Tag. Das ist ein Boomling. Die Schlachtwache. Ja, Exekutor. Nicht runtergehen. Einfach Zeck abreißen. Eure Sonden werden angegriffen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin Schatten. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich wollte einen Mambai machen. Ich halte noch. Ich werde den Spahn nun finanzieren. da kommen sie jetzt ich nicht was sie da haben ich nehme nur ne Echse lassen wir uns nirgendwo rein ne die Säcke ich mach die Echse weg vom Toast hier unten Mineralien zählt erschöpft um eure verbündeten befinden sich im Kampf he 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 eure verbündeten befinden sich im Kampf ich komm mal ich komm mal ich fai mit Scheiße zurück ja dann zu viele Fotos gleich irgendein Motorfighter ist hier ist unsterblich müssen weg ich komm mal Minerals weißt du was? ne Minerals hast unser ruhmreicher Kampf hat begonnen so jetzt haben sie uns besiegt vorne aber echo technisch sind wir da vorne oder? theoretisch Toast ist auf dem Fall dann wird vielleicht eine dritte komm jetzt viel was die haben oh verloren ich komme die erstgeborenen werden auf siegen die erstgeborenen werden auf siegen nein lass sie lass sie hoch lass sie hoch lass sie hoch lass sie hoch wir blocken wir blocken wir blocken wir blocken mich gerade komplett egal ich habe schon 200 Dollar Upgrades ja der Bonus hat das weggeräumt ja 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 ich baue auch die Tropen nach ich baue auch gleich nochmal nach shit jetzt bin ich wieder rein Was ist nix mehr? Hier noch ein bisschen was, aber das reicht ja nicht in die. Shit. Irgendwas, was die da haben, hab ich gehört. Ja, warte, 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 warte. Hat's jetzt noch aushalten, ein bisschen? Ja, ich bin raus, wie ich sagte so. Ich hab nur ein paar Drohnen gerettet. Lang so ein Damage mit Zwindel Upgrade, ey. Ja, jetzt war das Bärsinn ohne Ende. ist gut verteidigt kann da jetzt nicht hochgehen hier an der ecke kann ich meinen das ist so hart dass du damage rauskürzt Fuck, fuck, fuck. Komm, liegen wir von vorne. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Die Verschmelzung ist ab. Basis wird angegriffen. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Eurer Verbündeten wird belagert. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Naja, GG. WP. GG, WP. Tja, Bro, das war so stark. Ja, lieber Meister 3. Schade. Hätten wir gewinnen können. Hätten wir gewinnen müssen. So, dann mach ich mal kurz hier mein Zeug. Dann mach mal kurze Pause, ja. Achso, und bis dahin sag ich mal tschü tschü. Mach sein Zeug, tschau. Tschü tschü. Okay. Hallöchen und willkommen hier in der NKB. Wie wir das noch von dir konnten. Das ist mir immer nach Rätseler Firm. Einfach wirds einfach easy runterspielen müssen. Doch naja, manchmal muss man halt aus Fehlern lernen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns trotzdem gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, wäre natürlich auch wie immer kostenlos und nichts abonnieren. Oben rechts da ein StarCraft Projekt. Und rechts ein anderes Becken. Und bis dahin schau mal wieder rein und tschüß. Und bis dahin schau mal wieder rein und tschüß. Und bis dahin. Und bis dahin. Das ist mir ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut.